Der Schnellste kann gewinnen. Okay. Machen wir gegeneinander oder miteinander? Miteinander, oder? Miteinander, Alter. Okay, wo bist du? Komm in zwei. Direkt ganz links. Ist zwei, okay? Äh, zwei. Ja, da. Okay, ich bin drin. Okay, komm, Team Orange. Boah, wir sind... Bist du orange? Ja. Ja. Und jetzt, Lukas, komm mal mit. Komm mal mit. Orange und Jump'n'Run, komm. Das gönnen wir uns jetzt. Ich bin dafür, dass du aus deiner Sicht filmst, wie gut ich Jump'n'Run kann. Okay, komm, Moment. Ähm. Halt, ich muss eben was tun. Übrigens, Leute, das liegt nicht an mir, das liegt an meinem PC. Wenn man sich das einredet, dann klappt das. Oh! Das war jetzt überraschend. He's the best around. Hab's doch, du leckst bei mir, richtig. Ich leck's selbst bei mir. Oh! Und jetzt ist deine Figur aber ziemlich flüssig. Nein! 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 Oh, es geht los. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich krieg zwar nix, aber... Oh, ja. Äh, geil, weil das Ding hier ist. Lukas, ich leiste das Bild an dich weiter, damit du mal siehst, wie genau gleicht hier aus. Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Bitte... ...geht... ...au... ...raus... ...wir... ...wollen... ...aufnehmen. Kiste! Einer schreibt einfach... ...Kiste! Pliss. Pliss. Ey, wenn einer rausgeht, ich feier das sowas von. Ich merke jetzt beide Namen. MR-Schnitt 3... ...und, äh... Heste 11. Heste 11. Okay, ihr seid beides Hurensöhne. Komm, bitte. Bitte geht raus. Lass mich mal. Nein, bitte nicht. Junge, wenn du das versuchst, dann kommen die nie raus. Du wirst gestrikt bei YouTube. Bitte. Bitte. Ich blende das aus. Ich weiß doch noch nicht, wie man das ausblendet, aber ich blende das aus. Oh, ein Silber und Bronze. Bitte, bitte, bitte. Ihr seid beide Fickgestalten. Ihr seid beide Fickgestalten. Boah, dieses Niveau, ne? Ich schwör's dir, halt. Ihr seid beide Fickgestalten. Oh, ein Schwert, äh, ich kann ein Schwert erholen. Mach das. Haftbefehl Style. Was los? So. Okay, ich hab' uns beiden noch mal Essen geholt. Ich hol' uns erst mal Rüstung, okay? Nein, warte, Lukas. Geh' mal da weg, bitte. Nein, ich hol' uns Rüstung. Ich zeig' dir, wie man die da rauskriegt. Wtf, Leck hat noch mehr, du Scheißdingen. Du hast bei mir kein Skin, aber das ist ja nicht wirklich. Junge, die kommen jetzt schon rübergerusht. Geh' da weg. Wer kommt rübergerusht? Die sind schon bei uns. Die sind schon bei uns. Wtf. Okay, ich zieh' meine Rüstung an. Nick, komm. Ich zeig' dir, wie man das macht. Wo bist du? Ich hab' ganz viele Helme. Du bist ein Arsch, doch. Ich schwöre' dir. Ich schwöre' dir. Nick, Nick hinter dir. Nick hinter dir. Ich schwöre' dir deine Rüstung an. Du hast noch Helme. Und ein Schwert und zwei Steaks. Ich hab' keine Blöcke. Ich bin dumm. Mit was hab' ich noch mal rausgeworfen? Warte ich. Du hast dich alles Gestalt. Ich hab' mein Schwert weggeworfen. Fuck. Du geh'n behindert oder so? Okay, ich hab' mein Schwert wieder. Lukas. Ja, ich mach' dir auch mal einen Spitzack, okay? Und ganz viele Blöcke. Ja, ich hab' mein Blöcke. Ich weiß jetzt einfach alles weg. Ich hab' mir Endstein geholt. Boah, Junge. Du bist schon einfacher. Ich bin der Marsch. Ich bin der Marsch. Da ist er vor mir. Ich hab' keine Sachen. Ich hab' keine Sachen. Der wird sterben. Du hast doch Sachen. Du hast doch Sachen. Du hast dich. Ich hab' die alle weggeschmissen. Da kommt einer. Du hast gedacht, ich kill' ihn sowas von. Oh, ich hab' den gekillt. Nein. Mit meiner Hand. Alter, der Block wird abgebaut. H, ich hab' den runtergeboxt. Ich hab' den runtergeboxt. Bitte allergrößten Respekt. Wir machen so eine. Sein. Hä? Welcher? Was sind wir für ein Team? Äh, wir sind orangen, müssen grün kicken. Okay, ihr merkt schon, ich bin der organisierte Typ. Halt' ne hinter dir. Hä? Was denn hinter mir? Ich lauf' da jetzt hin. Ich tötet ihr alle. Blöcke und ne Spitzhacke, du Wuhren. Ich hab' ne Faust. Ich brauch' ne Faust? Ich brauch' ne Faust? Schörner, du hast ne Faust? Hä? Ist der behindert, Alter? Der baut sich zu. Der hat eine komplette Rüstung und baut sich zu, Alter. Was ist das für? Warum hab' ich so viele Helme? Fick dich doch. Die hab' ich dir alle gegeben. Nein! Nein! Du bist ja nur in so'n passt doch auf mich auf, du Arscher. Ich bin selber runtergefallen. Mann, bist du ein Arsch! Das ist die beste Aufnahme. Der Flosch ist einfach mit einer Faust. Das mache ich jeden Mal. Ich hab' keinen Bock auf diese Scheiß-Spiele. Oh Junge, wie sind's so liegen der gut. Boah, der hat mich getroffen, Alter. Voll der Schafschel. Der ist richtig gut. Der baut einfach den Weg zu. Alter, kommt einer mit dem Schwert. Na! Bist am Arsch! Du bist ein Arschloch! Oh Mann! Oh! 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 Heftig. Heftiger Shit спис. Ich hab' Blockhitting gemacht mit meiner Faust. 所以… Blockhitting mit der Faust. Nice halt! Box' den, Box' den! Der fliegt einfach über unsere Fels! Da kommt einer! Hey, wo ist der denn? Wir sind alle voll gut, Mann. Ich bin nicht so gut. Wies bei mir einfach bele'lligt. er baut doch nicht den weg ab du faggot ich mache mir schwer ich habe ein schwert machen ich sehe dich warte ich gebe dir backup kennt dieser nico x da das ist ein richtiger leg ich habe die alle gekillt guck mein chat da steht ich habe die alle gekillt deadline hat team orange komplett gekillt steht da du bist doch ein thema hast du bist so ein hässiges nuttenvieh jetzt nicht brutal werden ey der hat ein schwert mann der ist unfair ich baue unter unserem eigenen faggot einfach die blöcke weg die das ausgesehen haben muss ich stehe einfach vor ihm und box will gegen ihn aber der ist in meinem team die waren zu zweit das ist nicht ehrenvoll ich habe genau einen block ich habe ein gold ich habe ich bringe den schwert mit ich bringe den schwert mit ja okay kommen ich wusste ja nicht dass im glatten ich bin der coolste alter ich habe einfach mit zwei schwerter gemacht dachte so jetzt bin ich richtig rich und bin dann einfach runtergefallen weil ich falsch gelaufen bin ich bin jetzt richtig mies ich sehe die gar nicht ich schieße mich ich kriege ich den krieg ich den krieg ich ich habe gekriegt wie macht man alles nach oben automatisch alles fragt mich doch nicht guck mein chat ich möchte bitte dass du das als intro machst 333 333 aus dem grünen wurde von weltlein 222 getötet ich habe immer eine faust 3 luigi 3 ich tötte noch mal unsere kiste ok warte ich bin gleich wieder da ich habe ich kann mich teleporten guck ich bin plötzlich da da ist ein gold ok ich habe mir ganz viele rausgenommen du kannst aber noch ein paar hingeworfen nur für den fall ich gebe dir den spiel Alter das regt mich so auf diese hohen nocken wicksen arschloch was kann man mit einem gold machen was kann man mit einem gold machen äh sich die pfeil holen lukas warte ich habe ein ganz gutes schwert für dich hinter dir da guck mal wo ich stehe oh das war ohne zu sneaker du hast das schwert selbst eingehauen aufgehoben wieder ok das schwert ist besser Junge wenn ich mal rennen kann dann renne ich aber richtig auch ich glaube dass wir sicher haben wenn wir so machen ah ich wurde getroffen wie sie dich immer noch treffen der kommt jetzt wollte den blogger und jetzt wird er sterben jetzt wird er sterben er ist wirklich zurückgegangen was er entspast ok ok ein herz oh maaaannn ein herz beschütz mich doch mal nick hä ich hab dich doch beschützt du bist am marsch hast du mich beschützt du bist runtergefallen Ja ich hab dich vor den Segnern geschützt. Ich dachte du wolltest runterfallen. 3LUIGI3 3LUIGI3 Ha 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 6 1 3 Punkt Oh Gott Oh nein Hä, ja, da war das auch nicht gar so fein Ja, ich weiß 3LUIGI Ich bin hinter 3LUIGI3 und so Gewandern, gewandern Ah, was willst du? Ja 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 Ja, das ist stimmt Das heißt, es ist nicht so leicht wie zu kämpfen Aber ich glaub immer wieder Oh, leckerlte Scheiße Was ist denn jetzt so? Was ist denn jetzt so? Was ist denn jetzt so? Boah Wenig, was meinte ihr? Ja Habt ihr was gesehen? Junge, was soll ich damit, Alter? Wie kommt es dir das an? Da mach ich mir aber auch ein Schwert Ich hoffe, ich hab 3LUIGI3 zu machen Der Arm hat längst den Scheiße, so viel Dünnig Ich brauche halt so gut Ich fack dir eins da rein, ich hab dir eins da reingepolt Wie ist dein Kopf Wer ist denn mein Tief? Kanımen, wenn oben auf den 3L, der weiß auf den 1L Oder ich sag mir, dass das vollärtig ist Boah, der kommt in gegen Der hat den Satz in den Hutten und der hat den ich wüsste. Warte, der ist hinter mir. Mann! Der kommt mir so entgegen, ich hatte die europäische Sache und bin einfach runtergelaufen. Ich dachte mir so, also bevor der mich tüttelt. Ah, der ist noch gut! Wenn du das machst, wenn du das machst, du wolltest. Das ist wahr, der kommt! Ihr geht dann in den Hutten und der bekommt 5 Euro! Und ich sag mal, dein Gebot! Ich würd das machen! Pass auf, als ich das mache, ich brauche jetzt runter zu so'n Träger. Ja, der ist in meinem Team. Ich hab die Aufnahme im Stückchen geholt. 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 Oh, ich hab die Aufnahme im Stückchen geholt. Ich hab einen Boden. Ich guck mich aus. Sehr geil. Du bist ernsthaft, die 5 Euro gegeben. Ich glaub, ich steh gerne mit den Geschichten in den Hutten. Ja, ich hab einen gekötet. Ich verstehe, ich gucke nicht mal bis zu den Nippen skrichen. Boah, Alter! Hast du dir eigentlich schon mal das neue Album von Kollegam gehört? Nein, Kollegam, scheiße. Stimmt gar nicht. Oh, Junge, ich fühl mich gerade so cool. Jemand schreibt dir, man muss auch treffen können. Guck mal nach rechts. Was katzen, Alter. Weißt du, was ich dir jetzt schenke? Das sind totalen Typen, ne? Hallo, Leute! Jojo hat die Aufnahme unterbrochen und sie waren so weit von nicht in der Aufnahme. Doch, ich habe aber dieses Skype-Folge. Ich habe so richtig netziger Spaß, die will nicht hier runterspringen. Vielleicht sollte ich auch mal nach einer Zeit die Aufnahme beenden oder sowas. Hä, nein, wir spielen die Runde zu Ende. Ey, Leute, das wird einfach so eine 50-Part-Cut-Dingen. Ah, ich möchte unter dem Block abbauen. Aber der läuft die ganze Zeit weg. Der kommt in unsere Base, in unsere Base der Nutzung. Was, ja, okay, dann komme ich, glaube ich, mal wieder nach Hause. Er hat ein Schwert, der Pässer. Er hat dich getötet, ich habe es gesehen. Leckt doch noch mehr. Ich habe, glaube ich, eingetötet. Boah, er kommt hier rein, er kommt hier rein. Voll der asoziale. Lebt der immer noch? Der ist immer noch hier. Box ihn, Box, er ist tot. Aber der andere müsste noch hier sind und den Block abbauen. Nein, ich habe ihn getötet. Brauch mal bitte unseren Block zu. Ich habe keine Blöcke. Ich halte die Stellung. Unser Block steht einfach ganz frei. Ja, ich bin untergesprungen, absichtlich. Unser Block steht einfach ganz frei. Das ist nett cool. Schafft man den Jump? Das ist nett cool. Ich schürzt Land. Landlord. Ich habe ein Schwert. Und kaufe mir jetzt Blöcke. Blöcke. Und zwar Glowstaufen. Ich habe einen Bogen mit Pfeil. Und ich habe 32 Glowstown. Komm, ich gebe dir den Bogen und den Pfeil. Du hast die Aufnahme. Nein, fick dich bald deine Scheiße. Als ob ich dir das geben würde. Was ich hier für eine Kacke mache. Komm mal bitte hierhin. Hallo? Ich mache hier gerade volle produktive Scheiße. Bist du behindert oder so? Lukas, komm mal bitte mit. Ich muss dir was zeigen. Nein, ich baue das so weit ein, bis wir nicht mehr spawnen können. Komm mal bitte mit. Ich möchte dir was zeigen. Lukas, siehst du diesen Bogen in meiner Hand? Ja. Siehst du diesen Pfeil in meiner Hand? Hast du das jetzt ernsthaft nicht aufgenommen? Ich habe für meine Aufnahme mein Bogen und mein Pfeil weggeschmissen. Du hast eine Aufnahme? Ja, ich bin jetzt auch mit Play. Du fäckert. Dann sind übrigens einer in unserer Base, wo sie so gesagt haben. Ich habe Klaus, da und Staub und ein Schwert. Hab ihn getötet. Ey, ich gebe dir Backup. Ich gebe dir Backup. Euer Ries von Block wurde zerstört. Was? Von wem denn die Huren so ein Stück? Ich bin runtergefallen. Unser Riesbumpf wurde zerstört. Ja, genau. Bist du ernsthaft runtergefallen? Ja. Ja. Okay. Lukas, spektate mich. Ich reiß das Ding. Er reißt das Ding, Junge. Da ist keiner in deren Base. Doch, da sind welche. Hier kommt jemand entgegen. Zwei Stück. Ohne Rüstung. Springen hoch. Genau. Über ihn. Rüber. Über ihn rüber. Ja. Reiß. Okay, Leute. Ich würde sagen. Ich möchte die Operation machen. Ich habe auch die Antwort. Okay, wo bist du? Komm, komm schnell. Komm schnell zu Rush. Ich bin noch bei Rush. Ja, bei welcher Lobby, du Arschloch? Hä, weiß ich doch nicht. Komm, Lobby 1. Okay. Komm, Lobby 1, du Pitter. Ich schwör, es dir gleich ist der. Da bist du. Ich glaube dir, ich sehe dich nicht. Hinter dir. Du bist da nicht. Du bist der größte Fickel auf dieser Erde. Ich stehe doch vor dir. Ich habe F5 an. Du bist da nicht. Ich stehe genau vor dir. Du stehst nicht genau vor mir. Guck, meine Aufnahme, du Spassi. Du stehst nicht genau vor mir. Okay, wäre nett, wenn ihr diesen überaus sinnlosen Park... Alter, im Baul! Da bist du! Du bist vor mir aufgeklappt. Wäre es schön, wenn ihr diesen über sinnvollen Park auf den Körnchen, äh, auf den Klauch. Schaut uns doch dann noch mal neben ihm auf, klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir machen ja eine Forderation. 3, 2, 1, wer hat uns recht? Los! Und sagt, ich mag Döner, Fleisch. Na, ich mag Döner, Pizza und Fleischsalat, du Ficker. Gib mir ein Abo, TV. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.